Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Äh, alter. Habt ihr's? Mit dabei, das Smoker, die Gifty, der Oro, der Sander. Ja, hallo. Und unser Doktor Weising. Hallo. Noch kein Doktor. Urologen, Special Man. Hast du lang, Smoker? Ja, noch? Lang? Kurz. Lang? Kurz. Lang? Lang? Kurz. Warte, nochmal. Lang? Kurz. Wieso hat er ihn grundiert, oder was? Lang? Kurz. Was? Alter, das ist so ein geiles Teil, Erna. Ich bin so neidisch. Ich bin so neidisch. Boah, Fandor, unterlass das doch mal. Hör zu, äh, ah, spinne, ah! So, ähm, braucht irgendjemand Holz? Ja, äh, Gifty geben. Ja, Gifty ist Charakter. Gifty, 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 Gifty. Gifty, 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 Gifty. Was denn? Gifty, 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 Gifty. Ja, ich brauch' keinen Hit. Du brauchst Granit? Oh. Schon wieder. Was brauch ich Holz? Ja, jetzt hast du welches. Dein Charakter. Wo hängt die denn jetzt ab? Boah, da hinten ist ein geile, da hinten ist ein ganz stylischer Berg. 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alter, wenn ich das Wassergeräusch höre, könnte ich schon wieder, ach ne. Könntest du schon wieder? Bisschen. Schon wieder. Du warst doch grad erst. Die Keramik befeuchten, die Luxuskeramik befeuchten. Nicht sprengen. Ähm, heute ausnahmsweise war nicht, ne. Sonst immer. Ja. Jede Woche brauch' ich einen neuen Schlüssel. Mindestens. Willst du mich jetzt verarschen, Internet? Ist doch auf ne ehrliche Antwort. Nein. Ja, Gifti, tut mir leid, unser, äh, Spezial-Urologe ist grad nicht mehr da. Ähm, der Termin, das wird wohl heut nix mehr haben. Ich bin kein Arzt. Ich hab' einmal aufräumen da unten, geht in Ordnung. Also ist Weising jetzt ein Urologe? Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Seitdem's Bücher gibt, ja. Ah, okay. Weil, Doktor, Doktor Ostwind, das klingt ja ein bisschen, mäh. Doktor Weising, der, der weiß, was er macht. Ja, der weiß, was er macht. Der ist Weiser. Ah, also, der, der... Leute, diese verdammte Stadt ist so scheiße groß, ich hab' ja gerade voll verloren. Der, der weiß nicht mal, wo der G-Punkt sitzt, der kann ihn sogar riechen. Uiih, wo hängt Weising überhaupt? Immer noch Häuser bauen. Haha. Ne, der ist giftig. Du baust Häuser, wohnt denn da? Am Rand. Am Rand? Ach, am Rand. Ich dachte... Welchen Rand? Am Stadtrand. Welchen Stadtrand? Na, äh, hier drüben, links, rechts, nee, vorne, der. Was? Ah, ich hab' rechts an der Seite. Sie haben gesehen, sofort stehen bleiben, alle. So, komm, wir nehmen mal die Blümchen hier mit. Keiner verlässt die Bude. Was? Warum? Hä? Gefti hat da drinnen gefurtzt. Das halten wir nicht aus. Boah, geil. Ähm, ich glaub, hier hat jemand nen Baufehler gemacht. Dann schnüffle's schnell weg. Alter. Wenn ich komm, wär's geil. Aua. Du musst doch schon den Mund atmen, dann schmeckst du's. Ah, geil. Pure Natur. Ähm, okay. Ach, hier bist du Weising. Herr Doktor, Herr Doktor. Können Sie mal gucken, wenn ich Pipi mache, tu das so weh. Bleiben Sie doch stehen. Wir sind zu Hause vorm PC. Und du? Ja, immer noch. Ja. Hat eigentlich wohl nix anderes vor. Also ich eigentlich auch nicht, also. Meine Frau liegt auch schon im Bett. Anders wird er geistig verwirrt. Ja, besser wie geistig krank, so wie ich. Okay. Hat sich wohl geil angehört. Ich glaub, hier hat aber einer echten Konstruktionsfehler gemacht bei diesem Haus. Konstruktion. Was? Ist das Haus? Wo ich jetzt gerade drauf stehe. Wieso? Ähm, irgendwie haut es hier nicht hin. Was haut da nicht hin? Ja, da ist ein Block zu schmal. Da ist untenrum was nicht hübsch. Wo denn? Gut, dann bin ich nicht blind. Wer weiß. Horka, wo bist du? Wenn du einen Pfeil fliegen siehst, da wo er herkommt, bin ich. Aha. Hä? Wo machst du? Soll ich mit dem Kotelett? Moment. Jetzt machen wir mal was anderes außer Holz hier. Das ist doch neun lang. Musst aber, damit du ein Dach richtig draufklatschen musst, musst du das Tier, die Wand hier, noch einen nach vorne setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paar Saplings. Ach hier. Okay. Einer. Wow. Rockisch. Fantastic. So, jetzt haben wir uns zurückgesetzt. Ja, das ist jetzt eure Sache. Eins schmaler oder eins breiter. Was ist jetzt? Was jetzt? Ja, kann ich fragen. Ja, so. Schurzi mich lieber. Ja, ja. Alle anfallenden Arbeiten auf andere abwälzen. Anschließend anschnauzen aber anständig. Ja, mindestens. Darf ich hier so ein bisschen begrünen, dass die Häuser nicht so alleine dastehen? Also ihr habt ja gar nicht so viel Platz gelassen. Also hier kann man, hier geht ja gar nichts. Ja, ja, versuch mal. Ja, ja, genau. Und auch einen Busch dazwischen fannst, dass du da gar nicht mehr durchkommst. Ja, ja. Der hat nur zu motzen. Ja, was denn? Alter, es ist, wenn wir hier durchläufen. Du kannst runterherkriechen. Du kannst runterkriechen. 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 Schnauze. Ja, aber wo er recht hat. Oh, hier ist mir ein Baubau. Ey, wieso fällst du denn jetzt das ganze Haus weg? Weil es ihn neu bauen muss. Ach, okay. Ich sehe, wir sind uns alle einig. Mindestens. Quasi. Platsch und weg. So, Laminum ist weg. Ach du Scheiße. Oh. Ach du Scheiße. Hey, ich freu an dich. Du bist selber runtergefallen. Ja, ja, das kann jeder sagen. Äh, was? Pfander war es. Wir haben es gesehen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ich glaube, es wird echt die Zeit schon ein paar saftige TNT fallen, ey. Ich habe gedacht, es ist Zeit zum Rumsäften. Ach, Mann. Es ist doch noch keiner im Bett. Ah ja, warte. Ich habe ja eins mit. Stimmt. Alone in the dark. Ist es dunkel? Nein. So gut wie? Noch nicht. Fast, fast. Oh, ey. Okay. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist Sinn. Scheiße, wie komme ich nicht raus? Musst einen neuen Vergaser holen. Für Schoff? Ja. Der Mäht. Ah. Oh, ich habe keinen Sprit mehr drin. Jetzt verbeten. Muss man nachbühen. Jetzt ist es kaputt. Richtig kaputt. Was ist nun Nacht, oder was hier? Du kannst nur nachts schlafen. Echt? Ja. Was ist, wenn du früher ins Bett wolltest? Ich lese. Auf wem? Auf dem Hasen. Klingt schon kleine Sprur merkwürdig. Ich habe mich verlaufen. Ja. Bist vom rechten Weg abgekommen? Ja. Mit einem Korb, wo du Großmutterkuchen und Wein bringen wolltest? Zu in, zu in der Art, ja. Du hast, das sieht so pervers aus, was du gerade hier treibst. sind ne bald mal alle im bett nein pferde was auch schade schmeckt gut ja schmeckt gut nee das ist likör immer diese ausreden der ist nicht so gelblich der ist weiß alter scheiße da habt ihr euch aber eh angelacht ich würd ihn rausschmeißen pimmelmaaa solange ist der weißing noch gar nicht dabei warum sollen wir den rausschmeißen gut glaubt nicht dass er mich meint woanders schon länger dabei müsste ich jetzt immer das wie du hey pst 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 ja ich hab'n Ausgang gefunden oh oh was willst du Das nennt man Bröckelhusten. Röckstückbrocken. Gott, Alter. Moment, Moment. Röckstückbrocken ist das hier. Alter Schwede. Aber das ist hier eine Großstadt, eine City, nur ein kleines Dorf. Ein kleines Dorf. Also bei der Nummerierung werde ich bestimmt nicht mehr... Ah, Creeper, 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 Creeper. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah. Pädobär. Pass auf, Pädobär. Wie geil war der denn jetzt? Ach, man schwein. Bei mir war auch gräulich. Iiii, grau, was ist das für ne Farbe, Junge? Der Pädobär hat umgestylt. Hallo, bist du schon länger hier? Ja. Hau ab hier. Ey, Mann, Junge, bleib mal cool, bleib mal auf dem Tisch. Was ist los, Gifty? Geh mal mit deinem Langschwert weg hier, ja? Wieso, bist du neidisch? Alter, ich... Meins geht bis kurz über den Griff hier. Ich werde nicht sagen, dass das perverse Folgen werden, aber das werden perverse Folgen. Und Lini ist noch nicht immer dabei, ne? Ne, die wär schon längst lachend dort um den Tisch gefallen. Wie war das, die versaute Linie und der geile Wallotner? Ja, ja. Also wenn sie unterm Tisch liegt, gehe ich denn da her. Hahaha. Die kleine Lillifee, hm. Kann der mal mein Zomberstab zeigen, da? Ja. Mit den blauen Knöschel. Ah, ist nicht nur der Knöschelblau. Kannst du schon mal Gedanken machen. Banking Alarm! Was? Aue! Also jetzt hört mal auf heute, ihr redet mir hier. Äh... Muss reden. Wie immer. Ich hab... Ach, ja doch. Das haben wir uns alles von dir abgeguckt. Genau. Oh, ihr seid so arm dran. Lieber arm dran als arm ab, oder? Ja. Ach, guck mal, machen wir alles schön grün. Oh, toll. Guck mal, oh. Wie schön das hier aussehen kann. In Gebäuden. Da war schon wieder die Erde an. Brauchst du Erde? Ich hab genug. Ja, der Trug ist auch noch genug. Ja, der Trug ist auch noch genug. Na, der hab ich ja alles reingelegt. Ach so. Na, Sektor, wer die ganze Zeit nur Wege ausbuddet, der hat genug Erde. hier fort organisiert sich gleich schon wieder erfährt also wie das hier rumrennt reißt sich bald von der leine da ab anal dusche hier haben dahinten fährtestall kann das fährt da rein da ist ja noch platz das spiel könnt ihr mal auf steam nachschlagen fleischwerbung das möchte der ausbind gerne haben haben alter ist wie lange ich schon da drauf hatte das aber geil aus ja guck mal rein ich will ein anderes spiel ich will ein anderes spiel man denn bwe 2k 16 gut ich hätte was anderes gesagt aber okay penetrator.com eigentlich abenteuer auf dem reiterhof oder sowas bei gifty nein das geht auch wir schweifen schon wieder vom thema ab wir sind am folgenden immer noch vor und vergessen mein bett einzustecken ja schön war es mit euch allen mal wieder mit der giftigen roh den smoker den santer den geilen hugo ob es für uns und doktor weiß aber auch schön dichter dicht war ja das glückgift in seinen händen was bis zum nächsten mal das semiconductor hat oder ein abo oder beides oder alles r